Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seam Hospital. Ich bin euer Doktor der Psychologie, Mr. Katafi, euer Let's Playender Doktor. Und mit dabei ist meine vielleicht mal wieder Oberschwester, Oberärztin, Mädelsgrund. Mal schauen, wie sie sich jetzt anstellt. Sehr gut, natürlich stelle ich mich an. Du bist wieder ein Drücker und kannst heute mal zeigen, ob du es diesmal besser hinbekommst. Ich werde alles machen, wie immer. Wir sind in Grünheim? Oder wie hieß die Stadt? Grünpol. Ja. Ja, bitte. Hier stehen sie unter dem wachsamen Auge des Gesundheitsministeriums. Folglich sollten sie darauf achten, dass ihre Konten zeigen, das ist bei mir schon mal richtig gut, dass sie eine Menge Kohle verdienen und dass sie einen Spitzenruf haben. Wir können keine unnötigen Ablebensfälle gebrauchen, die sind schlecht für das Geschäft. Tragen sie also Sorge, dass ihr Personal topfit ist und sie alle wichtigen medizinischen Geräte haben, erreichen sie einen Ruf von 600 und bunkern sie 200.000 Mark auf ihrem Konto. Alles klar. Du kannst ja, dass der cheat ist dir doch eh ganz schnell, das Geld. Katafi? Was? Ich cheate mich. Was will ich machen? Weichern. Ich wollte eigentlich die Geschwindigkeit runterstellen. Das kann auch sein. So. Siehste, der hat nämlich genug Zeit gehabt, ähm, den Krankenhaus zu eröffnen, wenn du damit Fullspeed arbeitest. Was sind das für hässliche Gebäude? Ach du Schande, aber das ist ein riesiger Komplex. Hinten kannst du vielleicht durch... Ich lass dich arbeiten. Test ist deins. Personalraum. Ein ganz großer Personalraum da hinten. Ja. Ein Personalgebäude, ne? Erstmal brauche ich jetzt hier. So, jetzt war ich jetzt ganz hier. Es läuft jetzt alles Smoothie heute. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Geld die sich auf ihr Konto ercheatet hat. Das ist... Also es ist nicht ercheatet. Ercheatet. Um mal gleiche Probleme oder Kritik vorzubringen. Ja, ich glaube, also es ist eigentlich eher so, dass es super läuft, weil wir nicht aufnehmen. Und wenn wir aufnehmen, läuft es nicht. Weil der Kartaffi dabei ist, haben wir gerade festgestellt. Und die hat so unendlich viel... Weißt du, ich hab irgendwie... Ich hab's jetzt nicht... Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken. Ich hab auch nicht die genauen Übertragung im Kopf, weil das Spiel ein bisschen hell ist. Aber ich hab irgendwie einen Gehalt von 50.000 oder 58.000. Und Meri hat einfach mal 286.000 Gehalt momentan. Aber das war auch, weil der gerade nicht... Das Spiel nicht beendet hat. Irgendwie. Warum? Aber du hast doch trotzdem das jämmerlich hohe Gehalt. Aber was ist das denn? Ist das das Gehalt, was ich den Ärzten zahl? Das hab ich ja immer noch nicht verstanden. Oder ist das mein eigen... Ich glaube, das ist... Also ich hab ja nix davon, oder? Gutem Willen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist dein Gehalt sozusagen. Aber Auswirkungen hat's ja nicht irgendwie, leider, ne? Ich glaube, das ist dann einfach nur so für den... Das Gefühl. Mal gucken, ob du's noch kannst. Lang, lang ist's her, was wir gespielt haben. Ja. Ich eröffne gleich mal. Wobei du hast ja jetzt schon wieder eben gespielt, denn es hat ja nicht gespeichert vernünftig. Ja, ich weiß auch nicht, warum war das bei mir immer nicht. Den nehmen wir gleich. Also das ist wirklich auch so ein bisschen buggy mit dem Speichern, hab ich so das Gefühl. Ja, leider. Leider. Ich hab das letzte jetzt dann wieder dreimal gespielt. Oder du stellst dich einfach zu dumm an zum Speichern. Nein! Ist nur ne Theorie. Das ist es auf gar keinen Fall. Guck mal, der fährt Rallye. Na gut, der nicht. Ich eier mich gerade über die Lücke da. Ja, dann bau doch da was hin. Das sind doch drei... Da kannst du doch nichts hinbauen. Ja, richtig. Dann reiß doch den Raum nochmal ab und mach den kleiner. Ja, ich hab auch überlegt. Den, den zweiten. Genau, den reiß ab und dann mach ihn kleiner. Dann passt da noch die Farmatheke hin. Genau. Mehr Platz braucht der doch nicht. Wir haben doch auch gelernt, dass kleine Räume in Wirklichkeit besser sind als große Räume. Komischerweise, ja. Deswegen baue ich jetzt auch immer kleine. Es gibt es halt auch nur noch überall so kleine Mini-Kabuffs. Ich kann mir vorstellen, dass die wirklich schneller arbeiten, je größer der Raum ist. Aber du hast einfach weniger Platz. Und ich persönlich empfinde es besser, wenn du zwei, zum Beispiel jetzt zwei Allgemeinärzte oder zwei Allgemeinmediziner da hast, anstelle einen der... Also zwei langsamer als anstelle von einem Schnellen. Ich weiß nicht, aber trotzdem dann... Irgendwie ist das blöd. Also gerade, ich könnte mir vorstellen, gerade bei den Sachen hier wie, äh, ne, allgemeine Medizin und so ein Krissels, ist es besser, eher klein und viel zu bauen, weil du da sehr, sehr viel Durchlauf hast. Und da geht es dann, denke ich, eher um Quantität als um Qualität. Ja, weil du so viel brauchst. Genau, aber bei den... Spaß dadurch geht man aus dem Raum raus. Bei den End... Äh, bei der Endproduktion, sag ich jetzt mal, ne, wenn man das Ganze jetzt als Produktionskette sehen würde. Was es ja nicht ist, das Krankenhaus, ist natürlich keine Produktionskette und natürlich auch kein kapitalistischer Betrieb, der auf Gewinn orientiert ist. Ähm... Ach, Evo. Da, denke ich, bei den Endgebäuden, da ist es vielleicht besser, groß zu bauen. Also zum Beispiel beim OP oder bei der... Was ist denn diese Kante da? Das ist ja ernsthaft... Oh, die habe ich nicht gesehen. Ernsthaft? Ne, ne, die soll da nicht hin. Nein, 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 so. Ganz schick. Man, ja, aufpassen. Gut, dass ich dich jetzt als Aufpasser habe, ja. Und da, denke ich, ist es besser, wenn du... Weil da geht es ja dann wirklich darum, dass die gut behandelt werden, weil da können sie auch sterben. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der beim Allgemeinmediziner gestorben ist. Nicht? Ne. Bei mir passiert das bestimmt auch. Bei dir passiert es auf jeden Fall als allererstes. Wenn es bei einem passiert, dann bei dir. Oh, das ist schön hier. Ich würde es noch ein Stück kleiner bauen. Ja, ja, ich habe auch gerade gar nicht. Ich mache es so und dann kommen da noch Toiletten oder sowas hin. Oder, ähm... Du brauchst noch eine allgemeine Diagnose. Ja, stimmt. Aber dies, äh, das passt da nicht. Ne, aber vielleicht passt da noch später sowas wie der, ähm... Oder eine Toilette. Ja, natürlich. Okay. Ja, ich mache einfach Toiletten. Also das wäre so jetzt meine Theorie dazu, dass es... Ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, ob das sinnvoll ist, was ich erzähle, oder ob das Bullshit ist. Ja, Bullshit natürlich. Ähm, zweifelsfall ist es mir auch völlig egal. Wer trotzdem weiterbaut, wie ich möchte. Definitiv Bullshit. Kann ich hier noch... Ey, das wäre doch cool, wenn man hier so... Aber nein, natürlich nicht. Aber nein, das hast du schlecht gebaut. Gott, hab ich... Ich hoffe, ich fail und dann sehen wir das Krankenhaus bei dir auch nochmal. Das ist irgendwie doof. Also das ist von der Aufteilung her doof. Was habe ich denn jetzt? Geh weg. Ja, ist ja echt... Naja, weiß ich nicht, ob das schlecht gebaut ist. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man bedenkt, dass da später richtig viel los ist. Ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn da ein bisschen mehr frei rum ist. Kann man da auch vielleicht noch ein paar Bänke hinstellen und ach, was weiß ich. Guck mal, durch Fenster wird es heller und ihr Personal wird fröhlicher. Vorbei. Es gibt keine Fenster. Aber die mache ich eigentlich immer hin. Die machen wir immer hin, oder? Ja. Ach, und das Klo, immer vom Klo in die Entlüftung. Warte mal. Entlüftung, Belüftung. Ach, das ist real. Entlüftung. Nein, ich meine, Klo und Fenster in einem anderen Raum als Entlüftung, zur Belüftung. Das ist doch gut. Was ist denn? Zur Belüftung, zur Entlüftung. Ach, was ist das nicht? Und dann auch gleich die Psychiatrie. Dann kann die Psychiatrie immer noch gleich ein bisschen mitgucken, was da los ist. Dann am Fenster so stehen und so sagen, so, ja, Schwester, machen Sie es mal bitte so und so. Da muss auch noch eine hin. Wir wissen ja, Pflanzen führen ja dazu, dass die Leute weniger kotzen. Bei mir nicht. Gut. Frischlüft und so. Oh, das wollte ich nicht. Das muss ich aber eh sagen. Das wollte ich nicht. Hallo? Was machst du? Warum klickst du nur mal auf deinen Kopf? Damit ich da in dieses Menü von ihm komme und einstellen kann, dass der sich nur um die Dings kümmert. Bewegt doch einfach mal das Fenster ein bisschen. Genau. Und jetzt versuch es mal nochmal. So. Mann, Mann, Mann. Wenn das schon so losgeht. Ich finde aber auch wirklich, dass in Krankenhäusern die Luft wirklich, es ist so diese typische Krankenhausluft, sage ich mal. So diese Mischung aus steril Desinfektionsmittel. Die versucht irgendwelche Pissgerüche zu übertragen. Ja, die, naja, sagen wir mal ehrlich, die Gerüche, die in einem Krankenhaus entstehen, sind auch nicht gerade die angenehmsten. Nein. Und du kannst natürlich auch nicht... Okay. Ja. Ab geht dir, Luzi. Du kannst ja auch nicht überall diese Duftbäumchen hinhängen. Du hast auch Tannenduft und nicht, weißt du? Oh Gott, so richtig eklig, weißt du? So richtig so, dass du reinkommst und denkst, du bist so... Puff. Ja. Hatten wir das schon? Ja. Ach, weiße Erkältung. Ja, ich glaube schon. Du brauchst auf jeden Fall... Wir laufen den so langsam bei voller Geschwindigkeit, siehst du? Du hast nicht volle Geschwindigkeit, du hast, äh... Alles klar, alles klar, ich hab nichts gesagt. Und du brauchst noch einen Forschungsraum. 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 Forschungs- und hier... Personal. Weil sonst kannst du doch die ganzen tollen neuen Gebäude gar nicht finden, die dir... Das wollen wir ja auch. ...helfen, die Krankheiten zu bekämpfen, die... ...da auf dich zulaufen. Ähm... Kannst du ja noch einen zweiten Schreibtisch hinbauen, damit es schneller geht mit dem... ...Porschen... ...oder... ...ja, eigentlich kann ich... ...Ganze... ...ja... ...pfff... ...ganze ehrlich, so viel Räume... ...so viel Platz, wie wir haben... ...und wohin keine Fenster... ...und hier die Tür... ...ich probier das jetzt nochmal... ...und mache hier nur so Schreibtische hin... ...die Aktenschränke direkt nebeneinander... ...genau... ...das sieht doch gut aus. Ja! Achso, das hat sich so ironisch angehört, mal wieder... ...hahaha... ...Doktor, attende mich... ...das ist dein... ...dein Wille, weißt du? Du willst das hören. Oh ne, der ist aber schlecht. Nein, das ist doch gut. Aha! Ist ja wirklich schlecht. Egal, der soll forschen. Muss nicht gut sein. Hallo? Das wird der aber hinkriegen. So! Kannst du ja noch einen einstellen, du hast ja Platz. Mach ich. Behandlung, ne? Genau. Oder war das Diagnose? Nee, die geht doch Diagnose. Diagnose und Behandlung brauchen wir. Also klar, man braucht erstmal Diagnose, um herauszufinden, was die Leute haben. Den nehmen wir gleich noch. Ich brauch die ganze Chirurgen. Das ist immer am schwierigsten, finde ich, weil die immer am meisten abhauen. Ja. Grob, aggressiv, beleidigend, das passt doch immer genau aus. Teff für einen Chirurgen. Ja, richtig. Ja, so sind die, glaube ich, auch. Ich glaube, so richtig interessiert. Äh, was wollte ich jetzt noch? Personalraum. So einen richtig schicken Personalraum. Was will sie denn hier? Geh weg. Die will, glaube ich, in die Forschungsabteilung, um autopsiert zu werden. Mach doch den Rest, mach doch den Rest, mach doch den Rest einfach. Kannst du erst so nicht so? Nein, da hat Spaß. Warum eigentlich nicht? Immer drauf da. Und dann verliere ich wieder. Wenn man die Geschwindigkeit unterstellen lässt, du hast einen Notfall. Den habe ich nicht. Das geht jetzt nicht, ach doch. Und das ist nämlich auch das Problem, was du hast. Je schneller du das Tempo hast, desto nervöser und angespannter wirst du, dass du panisch wirst, dass du einfach Unsinn machst, weißt du? Ich mache nie Unsinn. Ich habe Videos, die beweisen, das Gegenteil. Gar nicht. Immer so zwei. Wie entsteht gerade eins? Was entsteht gerade? Ein Video, die das... Das ist ein Video. Ich dachte Unsinn. Das auch. Ah, Meri. So. Und ja, ich brauche hier zwei Billardtische. Immer drauf da. Weil ich nett bin. Ach so, deswegen brauchst du zwei Billardtische. Weil du nett bist. Ja, weil ich voll lieb bin zu meinem Personal. Hm, 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 nein. So, jetzt der Notfall. Knackbacken. Das ist kein OP. Äh, da muss ich auch OP bauen, nee. Das ist so schnell bin ich nicht. Oh, das wollte ich nicht. Das, guck mal, das ist schon so, ne? Äh, schon wieder OP bauen? Ja, weil Frankenstein, das ist halt OP, ne? Der kann kommen. Polierte Knochen, sehr schön. Da brauchen wir aber auch noch ein bisschen was. So, jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Yay, du hast übrigens nicht mal den besten Ruf der Welt. Du hast nämlich immer noch keine allgemeine Diagnose, Madame. Ja, die kommt. Please hold on. Please hold the line. Da so. Ja, also, du gehst auch nach dem Prinzip, Heizung braucht man nicht, so ruhig frieren, stirbt man langsamer. Gar nicht. Das mach' ich doch gerade, ganz lieb. Äh. Da unten, ja, da muss auch, da kann noch einer rein. Die leidenden Massen müssen stehen? Ja, welche leidenden Massen? Ja, meine ganzen Massen. Die siehst du nur nicht, aber ich seh' die. Niemand sieht die. Oh, wieso wurde meine Autopsie-Maschine jetzt entdeckt? Das ist doch gemein. Ja. Siehste, guck mal, bei mir geht das gleich so los. Ja. Richtig, genau vor die Rezeption, damit du da stehst und du da sehr schön voll gedampft wirst. Ja, Mann, ich hab' ich auch gerade gemerkt, dass das dumm war. In der Ecke unten zum anderen Abteil und oben, äh, unten links fehlt noch was. Ach, das geht schon so. Okay, dann geht das schon so. Das andere Abteil muss ich jetzt erstmal kaufen. Ich bin nicht ganz so viel Kredit auf. Wie viel? Ja. Kosten die alle so viel? Kostet der Kleinerraum da oben auch so viel? Nee, der kostet weniger. Der macht doch erstmal das, dann müssen sie ein bisschen komisch laufen, aber dann hast du wenigstens erstmal den Platz für allgemein... Ach, guck mal, da ist mir durchgegangen. Das ist doch fantastisch. Dann kannst du da eine allgemeine Diagnose hinstellen. Hättest du das Geld? Hab ich. Dann sag das mal nicht so, ja? Das ist mal nicht so abfällig. Fräulein? Fräulein-Kaninchen. Glaube nicht. Als ich das letzte Mal nachgekuckt habe. Guck mal, krieg ich sogar Gleichheitskörper. Boah, du bist so großzügig zu deinen Leuten. Richtig, richtig großzügig. Weil dann hast du da auch schon mal wieder ein bisschen Diagnoseräume. Ein weiter... ran. Speichern auf zwei. Speichern auf zwei. So, was ist denn, außer dass du Minusgeld hast? Was ist denn jetzt noch so am Start? Jetzt ist erstmal gar nichts am Start. Jetzt ist hier mal Geschwindigkeit hoch am Start. Und Moment, warten. Kannst du noch so bauen? Anna, sie fragt was. Das Problem ist, ich glaube, genau das führt dazu, dass es entdeckt wird. Dass die da hingehen, ja. Ja. Wo ich alleine gespielt habe in der letzten Runde, wolltest du nicht entdecken. Ja, ja, ja. Was sagen sie alle? Eine Lüftung habe ich schon. Also du kannst noch... Habe ich eine Pharmateke? Ja, du könntest noch eine OP bauen und eine Station. Genau. Und ich glaube... Das mache ich aber, wenn ich ein bisschen gewartet habe, wegen Kohle. Ja. Wobei eine OP natürlich gut Geld bringt, weil es genügend Chirurgen. Ja, das stimmt. Dann mache ich 10.000, baue den OP. Mach mal die Geschwindigkeit runter, sodass du, äh... Das geht nicht. Ich beeile mich einfach mit OP bauen. Oder auch nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geht noch nicht. Jetzt muss ich wieder... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kommt eh gleich der neue Monat und dann... Ist alles wieder weg. Ja. Wurstfinger. Würde ich nicht machen. Ich würde sie nach Hause schicken. Ja, du hast noch keinen. Warum? Dann warte, dass er im Krankenhaus bleibt. Ich habe... Aber ich habe... Ich habe nur das Psychiatrie, nur noch keinen Psychiator. Genau. Was ist denn hier los? Ein Erdbeen. Ich meine, der ist hingefallen gerade. Hast du das gesehen? Ja, das war ein Erdbeen. Ich bin... oya, da war ein Erdbeen. Ja, das war ein Applaus. Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020